Willkommen zum ersten Part von UNO und ja, wir spielen jetzt mal ein bisschen UNO, okay, also mal ein bisschen spielen, spielen die Spiele, UNO und dann hat es den Kuchen jetzt. Ach, Prick. Lala, komm. Hopp, hopp. Anleg'n da mal... Ah, hab' ich auch nicht! Dann hab' ich schon. Womit der da noch so guck, die blöde Kuchen. Ich habe die gleiche Babelbitte und die gleiche Zahn. Ist gedreckt. Ich kann jetzt nichts dafür, wenn er jetzt gewinnt. Also da konnte ich jetzt nichts dafür. So, jawohl, bei dem Team hier eigentlich nicht. Eigentlich ist der, der, was jetzt gerade dran war, eigentlich ist er mein Partner. Ja, eigentlich jetzt nicht, aber halt. Geld habe ich nicht. Und da habe ich schon. Geld habe ich schon. Nur die Kuh, setz du mich aus und dann kriegst du was zu tun. Kann man jemand Richtung wechseln? Dann zeige ich euch, wie das geht mit den F-J-Ziel-Karten. Also schon zwei wegen der Ziele. F-J-W-J-Ziel. Hopp, hopp, hopp. Ich bin ein bisschen Schönele. Boa, ich habe das. Ja, ich bin Schönele. Oh, das ist wieder eine Karte. Schade. Na ja, da kann man nichts dafür. Was? Schon raus? Wow. Das war schnell. Jetzt spielen wir ganz kurz mal ein bisschen Multiplayer und ja, ich will nicht Spieler beitreten. Ich mag hier alleine. Nichts beitreten. Ach, egal. Dann treten wir einfach mal. Und vielleicht nehme ich heute noch ein bisschen Minecraft auf, aber... Das dauert mir zu lang, ich sag's euch. Naja. Ich habe ein paar Informationen für dich. Ha! Ein weiterer Triumph für die Porsche des Goodes. Chiller. Ich denke, ich habe eine Idee. Ha! Ein weiterer Triumph für die Porsche des Goodes. Okay. Cheg. Ich habe ein paar Informationen vergessen. Nein. Ich habe sie vergessen. Ich habe sie vergessen. Ich habe sie vergessen. Was ist das? Kältespiel verstehe ich wirklich nicht. Aber na gut. Naja. Hm. Wenigstens eine Karte. Okay. Okay. Hopp, du bist dann. Toll. Hallo. Ich bin bereit. Und damit würde ich sagen, das war das erste Part von UNO. Und vielleicht werden wir auch mit Doggy für Best 2, 3, 4 spielen. Und ja, ich weiß es nicht. Aber eigentlich schon. Okay. Und damit zeige ich auch schon. Tschüss bis zum nächsten Part. Und dann.